BVB 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 Nach einer Hereingabe von außen vollstreckte Christianson im Zentrum ins lange Eck. Borussia Dortmund at Willemi 3, minus 2, 1 bis 2 Das erste Testspiel des Tages fand auf dem Trainingsgelände in Marbella unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die BVB-Tore erzielten at Alex-Isa, 25., 85. und at Achraf Hakimi, 90. pick.twitter.com-rufgo8dd Borussia Dortmund at BVB 11. Januar 2019